Irgendwie klappt manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Musst du jetzt einfach nur daneben setzen, diese Raffinerie-Dingse oder was? Die kannst du hinsetzen, wo du möchtest. Ich habe die nur daneben gestellt bei mir, weil da gab es Platz vor. Extractor, wo du irgendwie kannst stehen. Ach, äh, was meinst du jetzt bei Extractor, wenn du jetzt irgendwas abbauen möchtest? Ja, ich will hier dich nicht loswerden. Eigentlich direkt mit rechter Maustaste anklicken, wenn du den Extractor unten in der Hand hast. Ich will das nicht abbauen. Hm, kann ich dir leider nicht helfen gerade. Oh, Alter! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich werde immer in meinem eigenen Schlafzimmer herangenommen. Alter, Alter, Alter. Vergewaltigung im Häuserschlafzimmer. Aua, richtig, ey! So, suchen sie erst mal ein paar Pilze, dass wir das nicht mehr schütteln. Die müssen live-technisch ganz schön dünne besät. Jetzt sehe ich meine Tür wieder, na, Gott sei Dank. Jetzt kann ich meine Tür zumachen, endlich, ey. Mit keinem Vieh mehr reinkommen kann bei mir. Der ganze Baum ist überfüllt mit den Viechern. Äh, die kommt irgendwie morgen. Beide. Schlimm. So. Jetzt habe ich mir nochmal so'n... So'n... Bienenkönigin Nestio, das habe ich einfach jetzt neustabelt. Jetzt habe ich schon zwei. Abschluss, Alter, richtige Bienen-Farm. Oh, fleisches Bienchen, du, ey. Oh, mei, Alter! Oh, ich richtige Fleisch-Hümel! Ja. Alter! An dem Baum da oben sind mindestens... 1, 2, 3... 5, 6... Honig-Waben. Oh, neis. Über deinem... Genau über deinem Haus drüber. Ja, das ist meine. Ja. Mein Haus, meine Waben. Nichts für gemacht, aber erst mal Anspruch erheben, wa? Der darf sich vor uns fünf Pilze geliehen haben. Geliehen? Ach ihm. Die du auch nicht wunder kriegst. Ja, und dafür leid, dafür leistet ich mir ein bisschen, wo ich damit wenigstens ein Bett bauen kann. Ich hab... Bei mir kommt da leider keine Honig raus irgendwie, keine Ahnung. Wenn ich die Abbau kommt, bloß... Honig war aber nicht. Ihr alles alleine macht hier. Wird nicht in dem Land. Nicht geschenkt, ja, wird eben nichts geschenkt. Alte Fachkraft. Alte Fachkraft. Alte Fachkraft. Alte Fachkraft. Klar. Ach, Kraft für Lager. Au! Auan! Mach kraft für Lager, auan! Und nicht gegangen. Ja, miauun! Oh, was ist denn das? Das ist irgendein Fisch mit einem verleuchtenden Lamm auf dem Kopf. Jho, das ist vorher von Frosch. Okay. Aber wenn ich die doch die Rüstung anlämme und stirbe, oder nein? inzwischen der Fäustigung zu gleichstellen könnte es das gewusst er hat sie Prozent 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 der Krieg Anfänger das ist ein Krabbe aus Pokémon kommen wir auch gelbe Pilze essen er die Gelbensorten alle Pilsen aber ich noch mal was besser zu messen weil ich bin dass er gar nicht in die Köln Pils zu fressen die Mussel ist viel so gut Prozent Prozent Formel bis vor Ort sie haben es ist egal zu vermeiden mann Obsidian das ist ein bisschen das ist ein bisschen der sich nur der Extraktoren erzielt sie müssen werden was nicht die ganze Zeit fertig bin ich mich nur in einen bereich näher oder du sagst du brauchst meine hilfe aber du darfst nur auf kommando dorthin gehen ja du schwabbeli ist klar meinst du ich habe so praktisch kann ich raus also hätten dass das aus ob sie dann habe ich schon mal nur noch die fetten da umnieten warte mal ich muss erstmal noch mein leichen zeugs einsammeln du wirst es war irgendwo auf dem baum sind das vor riesen klumpen gegner hier also clubbys aus klümsen tag jetzt leckt es wieder wie sau machst du schon irgendwas aber mein rechner macht plötzlich geräusche und klackert so die das normale laderad dann halt dafür verantwortlich sein das ist ja wir warten mal ab was kommt was passiert und die kraft wird mich gerade töten jetzt hat er sich wieder beruhigt jetzt geht es wieder ganz normal aber für die leute die sich wundern warum das server läuft überhaupt hinten ums rechner ausmeldet das ist am anfang der dritte gesündet die stärkende zu nehmen bei der vom könnten dürfte und heute noch nicht gut es wird vor allem machen so ist es in der Leiche los das greift mich die ganze Zeit an die Saison nicht das war ja auch nie wo es gefährlich sein das ist auch nichts okay er sich oben und Kopf die ganze Zeit um sich selbst dreht gefährlich ist wenn du kurz springst und dann echt du kannst die riesenviecher ganz leicht töten geh ins Wasser die können nicht schwimmen und dann gehst du so weit nach so nah ran dass du noch im Wasser bist aber die außerhalb vom Wasser also irgendwo in der Höhle oder sowas oder eine Klippe direkt am Wasser da kannst du dir einfach so lange hauen bis du irgendwann tot umfallen total lächerlich schnell weg porten ich habe Obsidian und da unten ist noch viel mehr Obsidian in der Höhle und du hast aber eine schöne Leiter aber wunderschön jetzt kann ich schon über dein Dach aus in meine Wohnung rein springen aber was war das übelst gekratzt im Teamspeak weil ich gerade mein Beweis wieder gemacht hab dein Mäusel mein Beweis statt der Mäusel ja jetzt musste ich nicht glauben ich müsste auch noch mal eine zweite Tasche bauen erst mal einen festen Fußboden Alter hab ich doch ne doch ne doch aber doch hä ich hab doch Obsidian wie geht das jetzt nicht hier hä? willst du das vorher noch bearbeiten das Obsidian? kann sein ich glaube ich muss das brennen Obsidian oh ja ach du kriegst dir nicht zu Junge so der Öl gern mal welches abwägen dauer dreieinhalb Minuten für Baustück ha 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 ist wenn die Fackeln unsere ganze Bruder abwägen Hülschel sind bloß die Tiere die Abwägen Wutrott brauche ich noch mal okay dann brauche ich mir noch mal Wutrott wir sammeln fleißig Pilze dann baue ich mir auch mal eine Leitung baue mir eine zweite Etageee 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 Etagee Etagee Etageen es fanden ne jin wavelength ah fließe 銀 eh ouh eh mi hab ich das ans falsche für uns gesetzt gesch мир bist du auch sehr gern нос leid eigentlich ist nicht eh hil習 mph ich essen ich geh salat hier ist nur fleisch bin eher ужöl für Käse und Wurst das ist eine Truhe tief in der Hölle da muss die Bildung drin sein Brüder Blau-Pause wahrscheinlich Nö und wohl ob sie dann wurden okay das zu kennen ist ein Steintröpfe und Basic Health Potion Health Potion gibt es ja auch nuk und hoch Kulturschock gibt es auch er ist eine Linie die Kohlfanserung er hat eine steigende das Stück wurde immer noch ist es zu spüren n und das mit dem ein und bei den anderen und bloß so wenig das ist ein anderes Rohstoffmaterial sich herum abbau er hat gar nicht der Kult-Kohle abwachsen ist in dieses Jahr welcher Sagen Schlaupten das ist wichtig sind die gleiche Höhle was drei Gegenswürfungen sein auf dem Maße aber steht die Gleiter echt 50 Meter von von der Wand ab